Wieso machst du das dann nicht jetzt schnell? Wir müssen erstmal unseren Spot hier, äh, unseren beiden Spot ziehen. Weil du dort eigentlich noch ein paar Level machen musstest und es ist gerade zu kalt dafür, um rauszugehen. Jaaa... Brennt da ein Feuer oder ist das ein Alpha? Ja, jetzt wird meinem Zentauren-Weinchen los. Äh, hier hinten wohnt auch irgendwo Igor, weißt du? Da brennt ein Feuer, ja. Wo kommt ihr heute her? Wir haben gar nichts gemacht. Wohnen stand am See. Ey, Anchi? Anchi? Ja? Hebt man das auf, weiß ich das schon mal ist. Warte. Wer wohnt? Ja. Hallo? Wo? Was soll ich hier aufheben? Ja, und dann ziehst du über drei Klamotten drüber. Oh, ein Hespern ist. Dann ziehst du aus wie ich. Oh Gott, der ist level 136. Hast du noch keine Füße? Ich weiß nicht. Nein. Aber da gibt... Poli! Wenn du mir Seite bringst, machen wir uns ne... ... eine Wüstenrüstung. Kann man doch wieder abreißen. Ja, aber... Da brauchst du... Wenn du sagst wo Seite ist, bring ich dir Seite. Jetzt haben wir wieder überall das Zeug verteilt. Bring der Polymerkel auch mit. Ich hab doch gesagt, dass wir hier schon mal aufgefangen haben. Mit dem ganzen Scheiß. Was? Hast du eigentlich nen Mini? Anji? Tatsache ich mach kurz Level Dings. So nen Mini hast du. Sarko? Ne, hab ich nicht. Sarko? Ne, hab ich nicht. Sarko? Wo ist das rausgekommen? Ach ne, kann er. Warte, ich muss nicht. Ich leg ihn in die Kiste rein. Level braucht nen Sarko Sattel. Volki hast du einen. Was denn? So nen Mini 4. Ja, das weiß ich. Aber ich bin jetzt schon 30. Ich bin jetzt schon 30. Ich weiß nicht, ich leg das mal die letzte Kiste rein. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was der für Level hat. Geht nicht, hat er schon wieder vollgemacht. Ich bin jetzt schon 31 war bereit. Daher kannst du leer die Kiste ey. Ich kann's wegschmeißen. Ja, die Hasenohren schon mal hier drin lassen. Ja, die Hasenohren waren nicht auch lustig. So, dann pack ihn in den Maul hier rein. Ja, ich komm weiter. Vielleicht fände ich doch mal den Schreik. Pfeffer sammeln mal bitte ganz viel Leder, falls geht. Ja, ich sammle das. Ich hab eigentlich gar keine Lust, so weit zu laufen. Dann kann man eigentlich nicht alles umbauen. Wo habt ihr jetzt eigentlich was drinne? Eigentlich haben wir bis jetzt da wo Anchi, da wo jetzt bist, da ist Fresszeug und Zeug, wo man dann aufbauen stellen kann. Und da wo Anchi steht, ist momentan Material noch drin. Scheiße, du hast ne Medusa Level 203 gefunden? Nein, die hat nicht gefunden. Alter, wo kamen die her bitte? Hehehehe. Au, ich natürlich wieder mein ganzes Lied am Arsch der Welt, deswegen wollte ich nicht so weit laufen. Wenn hier mit dich drin stehst, ist das eigentlich okay. Aber wenn du mir Polymer bringst, dann mach ich uns günstig. Ja. Gibt's bei meiner Leichen. Ja gut, das kann's halt, das ist jetzt, ja das wird jetzt schon wieder heller. Ja, ich hab ne 203er Medusa daneben. Anchi, hast du jetzt auch schon alles in Metall? Alter, dieses Vieh her jetzt schon wieder. Also, Anchi. Nein, 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 Spitzhacke doch nicht. Ja, da müssen wir noch einmal gucken. Spitzhacke und Armburs fehlt mir noch. Wir müssen mal so ne Goblins oder so töten, falls ihr die findet. Die geben, die geben, also Metall, verarbeitetes Metall. Verarbeitetes Metall? Ja. Goblins oder diese Haie am Strand. Ja, ich hab aber auch schon einen Goblin getötet, der hat kein Metall gekauft. Na gut, wenn du sie abbaust. Ah, die Pentaurien können bewusst was machen. Ja, mit ihrer korrischen, korrischen Attacke da. Goll. Ich hab jetzt ein 140er Dilo. Toll. Ob ich meine Leiche wieder krieg? Ich bezweifel sie ernst. Markus geht bestimmt wieder auf Nahkampfschaden, oder? Ja, mir werde jetzt keine mit 203er Medusa totkriegen. Nein, nein, ich kann sie weglocken. Ich weiß, dass sie übelst stark ist und Feuer spucken kann. Esa übelst schnell, die lockt schon nicht weg. Kann Feuer spucken. Jetzt Level 33. Ich wollte eigentlich erstmal auch das andere Zeug holen. Die Viecher hier sind viel zu schnell. Keine Chance gerade. Und auf die Holzhaufe stehen, kannst du auch mit dem Beil draufhacken. Soll ich zu dir kommen, Pfeffer? Wir haben lila Loot-Bread. Das kann man wünschen, aber... Ich mach grad mein ganzes Zeug weg. Bleib beide tot. Oh, das ist nicht dran, Loot. Hat von euch einer die Kiste kaputt gemacht, die in dem Boot drin stand? Ach, das ist richtig ein Loot. Soll ich die hier? Ne. Ah, da hat er zur Rot die kaputt gemacht. Da lag nämlich das Metall noch daneben. Da ist mein Loot. Konnte ich nicht tragen, leider. Ja. Ja, deswegen macht man die Kiste erst dann kaputt, wenn man es rausgenommen hat. Das meint schon, warum ich die Stehklasse habe. Also manchmal verstehe ich eure Logik nicht. Ich hab Seite. Ich mach die Wüstenrüstung, komm her. Ich hab 16 Seite. Ja, ich glaub, damit kommen wir nicht weit. Ich mach dir doch keine Wüstenrüstung. So. Jetzt bin ich wieder hier. Ich muss den 189er Petri mit Narkosebären fangen. Boah, Alter. Jetzt steht neben der Medusa noch so ein Katze. Drecksvieh auf zwei Beine. Und der greift mich an. 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 Ich hab Phönix... Fuck ist der schnell. Warum sind die Viecher alles so granademäßig schnell, Alter? Alles könne. Oh Gott, ich hab Jürger gebrochen. Oh Gott, ich hab Jürger gebrochen. Na ruh. Oh. Sollste vielleicht... Hast du eine Familie gefunden, Schatz? Und da... Und da ist ein... Okay, ich bin tot. Aber was von sichert. Wir haben ja ein Kilo hier oben. Ja, dann mach ihn weg. Du bist doch da hochkrannt. Und bring ihn bloß nicht her. Der läuft grad hoch. Der wurde von Bronte runtergekickt. Bist... Naja, ich hab's nicht... Sondern... Ich weiß was früheren ähnliches. Ich hab Angst, dass aggressiv ist und mich gleich... Ich glaub... Kannst du den Lilen dann loot? Von Metz A aber ich hab... Gatze noch da? Naja, ich hab's ja... Sind diese harpinge... Dinge aggressiv? Nein. Noch nicht. Noch nicht? Was? Ash wenn draufhaut. auf haus oder aus versehen 140er bohl hast und wegrenzt aus versehen bohler ja ich dachte die wären 0 level wir schauen am loot streuen äh nein ich sammle die ganze zeit ein bisschen bären das sammle letzte vielmehr werde jetzt eh gleich alles verlieren oder muss man die abschießen wüsst ihr das so als katz habe ich ich glaube abschießen 35 brauchte ich bin gleich 35 ich bin 32 glaube ich 33 bin ich ich sehe dich da hinten um herren und so ein biefer ja ich komme zurück wollen wir müssen die andere richtung auch honig darauf ist hat nichts zum ab okay achten da ist ein dino oh nein also hier lang zu der nut oder was ja da ist halt betäubt hat betäubungspfeile meine armbrust meine präderrüstung ja alles neu machen außer die befolgungsfeile die dauern ein bisschen ja das tut also unter uns ist irgendwo eine katze und hier oben halt 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 nicht so schnell da ist jetzt irgendwo da müsste jetzt gleich sein unter der eule ist mein loot der hat mich ja überrascht er hat mich ist von der seite kommen hat mich dort lange und kommst du nicht hoch gezündet davon musst du die babys sind also von der muss ich den scheiß gleich wegreißen gescheit hin machen es war ja wieder klar dass das funktioniert so nur weil du damit nicht arbeiten kannst oder was ich konnte einmal nur zu doof bist es richtig hinzustellen da macht man eine rampe hin hast du schon erlernt ja wenn ich nicht ich wurde die klippe runter geschockt 3 wahrscheinlich wir haben den peter 20 also wie es war doch gerade das was ich brauche als ich gucke ihre videos da ist an unserer base und er hat unsere spieler ein dieser trikot der hat an unserer base gerade alles kaputt gemacht das vorne weg alles sichern was ist schon geiles viel er ist nicht geil also das ist natürlich jetzt eben vielleicht schon aber ich log den zu igor ok solchen dahin ohne da bei igor vorbeizukommen ich wurde aus preise gebaut man so schränke könnte ich zum beispiel jetzt herstellen jetzt meine werkbank kaputt gemacht hat dann ach da bist du hallo naja das ist das was wir brauchen zwar und du fragst immer sachen die schon fünf mal gesagt sind kann ja sein dass er sich um ihn bauen möchte was das ich naja aber es war ja angesagt dass wir schränke brauchen dann produziert doch einfach und wenn sie vernünftig irgendwo hin das schießt weg hoffe ich also es ist nicht mehr in der nähe von uns ja ich sie es in welche richtung ist es von unserer base in richtung schneegebiet ok das ist gut das ist richtig richtig ist es auch vorne an neben drei kisten hast du den trik schon betäubt richtig ist ja dass wir erstmal größere lagereinheiten haben ich wir müssen das dann später alles umlagern dann muss ja dann erstmal alles richtig organisiert sein dass die struktur richtig steht bitte einfach nicht zu uns locken ja viel hoch macht doch gern ja du stehst da so ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht ich habe nichts getrunken ich habe nichts sich die erz gefunden und er hat nichts gemacht der peter hat 38 prozent großes klub haben wir da oben rumfliegen ja dann haben wir für den anzug an markus ja genauso wie du ich habe einen anderen skin dreckiger mikrohaktor die da haben wir schon mal zwei podeste hingebaut damit man besser drüber kommt geht zurück in das loch wo du hergekommen bist ich habe die in der kiste verteilt marco ok der kiste liegen noch einige einige dinge herum toll romi also es wäre nett wenn du mir irgendwie behilfigen muss habe keinen bogen ja ich gebe mal kurz den peter ein bisschen ist er bei uns jetzt zu hause ich dachte gerade was ist denn da für ein herrschiges wie neben mir aber das ist für den jimmy der mich so anfloss ohne zu sterben ich habe vielleicht zehn grad noch einen zweiten petri der 182 ja gut dann können wir dann ein bisschen kristall und so die brauche aber ein bisschen aber egal ja ich helfe dir gleich gerne ich habe die stege da gebaut schon zum laufen ja ich komme mit treppen ich bin gestorben ja ich habe das politik benutze schwer gerade das heißt es sind die anderen vorbeirenne dann haben wir es los ja genau wo ist es denn genau ich glaube die holzschiff ich glaube gerade auf dem holzschiff zauber auf Hilfe beim sterben toll da wird sie wieder wach ja ja die ganze zeit redest du mir direkt die antwort angie die fragen dich die ganze zeit ne irgendwelche sachen und du redest nicht ich sehe dieses gerade nicht ich bin gerade auf der richtung doch ich sehe es noch eine ich brauche sie um hochzukommen so bei dir springen hat er kurz ich mache kurz hier in ofen aber du kannst aus der wunderschönen von da weiß ich ob du noch eine der gesetzte kann wie das nicht ja du hättest erst ein fundament setzen müssen hier dann zwei deckenteile aber das ist ja bekannt dass du nicht auch von einem mann alles muss ich baue keine ahnung böser marcus ja böser marcus ich hab auch so ja auch so da ist es wie was aufsdome der kommt nachher noch vorbei und bringt uns kurz um habe ja auch keine zeit ja wir auch nicht wer nicht würdest du morgen vorbeikommen da habe ich immer noch kurz zeit du weißt schon wie lange mir heute zocker wolle oder muss das noch haben wir kein altmetall mehr nein das ist alles despawn weil das scheiß das ist ja gut aber ich habe hier fliegt irgendwas über mir hier fliegt über irgendein waren über 500 drin ja ich habe gerade ein bisschen aus den küssen die nachgespaw was soll ich rausholen armbrust und werkzeug ja da ist gerade nichts von den sachen auf uns brauchst du metall sachen und wenn ich strecke ja ich kann nicht mal viel kurz ein bisschen das kann ich dir wieder geben erst du mit ein ach ähm lu hier nimm mal kurz danke ja schieb dann raus wir fliegen also wir fliegen nicht wir fahren ein bisschen hier so ran so wir haben umgeparkt ein bisschen ne ich habe einen giant gefunden ich habe einen giant gefunden was hast du gefunden nein 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 den end verpiss dich verpiss dich verpiss dich verpiss dich verpiss dich verpiss dich du tötest meinen trike ich habe einen end gefunden scheiß katzevieh jetzt hat es mich doch noch gefunden also filo wir bleiben ganz kurz hier ich fahr dich gleich nach hause oh das sind sogar zwei die schräge hochgelaufen da rechts die schräge ja auch die nach dir oder was ich guck sie mir nur vom weiten an ich guck mal ob sie böse sind kann man die nicht sehen die kann man doch zähmen oder das nein ich glaube der hat einer mit dir geredet das ist das der explodierende die sind ja hübsch oh oh der schlägt auf die angie ein ich muss gucken wie ich dich jetzt nach hause angie hat schon wieder die pest angelockt ey also also die giants sind ungefähr dich die greift dich nicht an wir schaffen das ja toll aber die anderen die sind die hier 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 das hier hier